Hallo lieber YouTuber, heute zeige ich dir ein Kopfkränzchen, das sehr gerne entweder für die Braut oder bei festlichen Anlässen für Kinder, Hochzeit, Taufe, auch jetzt Richtung Oktoberfest sehr gerne genommen wird. Dieses Kopfkränzchen wird mit etwa drei Stielen Schleierkraut und drei Stielen Waxflower gemacht. Aber wie das genau geht, das zeige ich dir jetzt im Video. Dazu benötigen wir verschiedene Materialien an Blumen, so brauchen wir Schleierkraut, Moment, das ist hier das Schleierkraut. Dann brauchen wir Poliantha-Hosen, die sind so schön verzweigt, diese kleinen Röschen, weil die dürfen ja nicht so groß sein für dieses Haarbändchen und Waxflower. Und so, gleich geht es weiter, kleine Unterbrechung. So, ich habe die kleine Unterbrechung genutzt und habe schon mal richtig schön vorbereitet, was man für dieses Kopfkränzchen braucht. Das sind richtig schöne kleine Stückchen Waxflower, Schleierkraut, die dürfen also nicht so lang sein, müssen schön kurz sein. Und die Poliantha-Hosen, die werden nachher geklebt, weil wenn man die wickelt, dann brechen die ab. Das ist ziemlich doof. Und dann braucht man ein feines Bändchen, weil dieses Bändchen, das wird dann am Kopf abgemessen, genauso ähnlich und wird dann danach zu einer Schleife gebunden. Fortsetzung folgt. Ja, und dann braucht man einen Myrtendraht, einen schönen dünnen Draht. Also Myrtendraht ist besser als Wickeldraht. Den Bestelllink mache ich in der Beschreibung noch dazu. Ja, und dann geht es jetzt auch schon ans Wickeln. Gleich geht es weiter. So, jetzt geht es ans Wickeln von dem Kränzchen. Schön in der Nahaufnahme, damit man das gut erkennen kann. Also man legt, das sind die fleißigen Hände in der Werkstatt hier, man legt immer ein Stückchen Waxflower und ein Stückchen Schleierkraut an. Und damit das schön parat ist, ist es immer super, wenn das so schön vorgeschnitten ist und präpariert. Und immer nacheinander anlegen, festwickeln. Wichtig ist, dass es nur oben rum ist und nicht rundum, weil die Rückseite soll ja am Kopf anliegen. Ist eigentlich selbsterklärend, aber ich sage es trotzdem nochmal dazu. Ja, und das ist jetzt eine kleine Geduldsarbeit und es geht doch relativ viel Material dabei rein. Man wundert sich immer und es dauert auch. Und damit man das Bändchen, damit man so ein bisschen Spielraum hat, ist das Bändchen vorne und hinten offen und man kann es dann am Kopf binden. Und dann braucht man nicht auf den Zentimeter genau arbeiten. Und durch dieses Band ist es natürlich schön flexibel, um es am Kopf anzulegen. Genau, einmal kurz den Biegetest gemacht. Wunderbar. Und man sollte zuvor den Kopf messen mit einem Maßband. Und man sollte mal abmessen, welche Länge man braucht. Das heißt, die Länge oder der Umfang, den der Kopf hat, den sollte man an Zentimeter mit Blumen bestücken. Ja, jetzt geht es gleich in den Zeitraffer. Und da gibt es auch ein bisschen Musik dazu, weil das dauert jetzt ein bisschen. Viel Spaß dabei. Und hier ist übrigens noch Wickeldraht, den man nicht nimmt, weil wir nehmen Myrtendraht, der hier auch legt diese Spule. Und da gibt es auch ein bisschen. Und da gibt es eben jetzt auch ganz kurz. So, jetzt kommen die Polyantharosen ins Spiel. Bis jetzt hatten wir nur Waxflower und Schleierkraut und wir nehmen Heißkleber, weil die Unterseite vom Blütenboden wird ganz schnell fixiert mit Heißkleber. Mit Floralkleber kann man das auch machen, das dauert aber viel, viel länger und wir wollen das ja zügig machen und kleben ein paar schöne kleine Polyantharosen in das Kränzchen. Unsere Haargränzchen sind jetzt fertig. Hier sind alle gewickelt mit Zentimeterangaben versehen. Die anderen haben wir schon haltbar gemacht und in Folie angesprüht, damit sie im Kühlschrank über Nacht gut halten. So, und jetzt kommt unser super Mini-Model. Und hier kommt die Anprobe. Moment, ich muss gerade mal hinterherlaufen. Ja. Oh, sehr süß. Und hinten das Bändchen ist auch offen, damit man das schön schließen kann, dass es nicht auf ein bis zwei Zentimeter ankommt. Und, sieht das süß aus. So, bitte lächeln. Ganz toll. So, ich komme nochmal rum und zeige nochmal. Auf dem iPad sieht das immer größer aus, als es eigentlich in Wirklichkeit ist. Und hier ist das Kränzchen ganz einfach mit einer Schleife verschlossen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Modeln. Auf Wiedersehen. Tschüss. calaks –